Warte, 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 bitte, 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 jo, wahrscheinlich, schrecklich, ey, als bestraft muss ich da meinen Hund einschläfern, weil du wegen ihm verloren hast Ja und vor allem, der Hund ist da sogar ein bisschen mit dran schuld, also ein paar Abstand, ja machen wir, das ist meine Bestrafung für dich Wenn ein Hund gewinnt, muss er einfach seinen Hund einschläfern Ich würde mich zum Tanzen auffordern, wenn du das dreimal geschafft hast, hast du gewonnen Bitte, 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 tanz Nein, nicht auf mich schießen, tanz, bitte, 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 nein, bitte, bitte, ich will doch nur tanzen Diese Runde nimmt nie ein Ende, niemals, niemals Oh mein Gott, das war mein letztes Leben, oh mein, oh mein Gott Oh, Zombie, bitte, Zombie, bitte Oh mein Gott, was ist denn ab? Hallo, hey, hey, nein, ich stelle mich, ich stelle mich vor jemanden Das müsste ich mal überlegen Man stellt sich vor jemanden, macht nichts Macht keine bedrohliche Handlung oder so Und man wird einfach direkt kaputtgeschlagen Er steht dann da Holt sich die Schuhe, ich stelle das in der Truhe Ist klar, yo Ist das ein furchtbares, nee, nix, GG Warum tanzt keiner? Warte, 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 bitte, 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 yo Wahrscheinlich Melly, ich werde dich schützen, ey Melly, wir treffen uns Ich bin verliebt, Leute, ich bin verliebt Hey, go follow your rainbow Hey, don't believe when they say Oh, mein erstes Date Hallo, ist das Melly, die Beste? Nein, wo bist du? Melly, bist du noch am Leben? Nein Melly? Melly ist tot Melly ist tot Was? Melly ist tot Ihr habt Melly getötet Ihr Schweine Wer war das? Wer war das? Von Olmo Olmo Ich werde dich finden Und Melly Rächen Rächen Ey, ich bin so scheiße Olmo Ich werde dich finden Du hast Melly getötet Ist das Olmo? Ne Das ist jemand Ah Wo bist du? Ist Olmo tot? Nein Olmo war von den beiden keiner Aber egal Du bist des Todes Und du auch Ihr seid alle des Todes Okay Olmo Olmo Das war die Rache Pass mal auf Deine Diagnost Schiebe ich dir gleich Ganz tief Und dein Popo Willst du mit mir tanzen? Wäre saucool Okay Ja, er tanzt mit mir Okay, komm mit Oh, Leute Meine Hoffnung Meine Hoffnung ist wieder da Meine Hoffnung ist wieder da Meine Hoffnung ist wieder da Wie heißt der Typ da? Hey, ihr beide Oh Mist Nein Minecraft ist gecrasht Nvidia Irgendwas mit meiner Grafikkarte Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Okay Okay Ich war gerade in der Runde Wo ich neue Hoffnung bekommen habe Und dann sowas Leute Ich stehe gerade so kurz davor Mit meiner Faust Durch diesen Bildschirm zu schlagen Also ich Bei mir sieht es Also bei mir sieht es so aus Wie am Anfang von der Ebene Okay Ich baller mal mit drauf Er ist tot Was? 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 Wir haben das Spiel geschafft Oh mein Gott Wir hatten vollkommen die OP-Waffe Wir waren echt OP Oh mein Gott Wir haben es geschafft Ja Oh mein Gott Alter Richtig cool Alter Oh mein Gott Ich freue mich gerade richtig Boah geil Ich öffne mal die Kisten Ja ich öffne jetzt auch die Kisten Ein neuer Charakter Noch ein neuer Charakter Oh mein Gott Ich freue mich gerade unnormal Boah Neues Pet Geil Geil und 7500 Leute sind dabei Und haben es miterlebt Richtig geil Leute Richtig viele Masken und alles Aber was war dieses Erz am Ende Dieses Kristallerz Ich habe es einfach aufgesammelt So ein bisschen Ähm Keine Ahnung Ich weiß auch gar nicht Was wir damit anfangen sollen Weil wir können doch nicht mehr in die Stadt Oder Ich kriege so viel Zeug aus den Kisten Ja ich öffne jetzt auch die Kisten Ich öffne jetzt auch die Kisten Okay Oh Heldenkrone Trogon Neuer Char Trogon Äh hier Heldenkrone Noch mehr Punkte Noch mehr Punkte Trogon Variante 2 Nein du hast das Spiel beendet Mann Oh nein Warum beendet das denn Für dich mit Oh Warum macht das das sowas Nein Zombie Nein Ich stehe gerade so kurz davor Mit meiner Faust Durch diesen Bildschirm zu schlagen So Ich liebe Eisen Eisen ist richtig cool Eisen ist mein Freund Eisen ist mein Freund Ich liebe Eisen Eisen ist mein Freund Niemand ist so nett Und so toll Nur Eisen Das ist wirklich cool Eisen 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 Alle anderen sind scheiße Okay Los geht's Es geht los Komm jetzt neben mir her Oh Gott Ich bin Ich kann auf meinen Baum Ich kann auf meinen Baum Schnell Schnell Oh Gott Ich gehe auf meinen Baum Mandado weiß nicht Wer ich hinter hier bin Oh Okay Es ist Zeit anzugreifen Oh Mandado Okay Scheiße bin fast tot Oh mein Gott Das wird so ultra Autsch Er wirft mir ein Eier in den Kopf Oh Machen Eier Schaden Nee Er hat eine Enderperle geworfen Ja Ja ich hab gar nicht mehr runter GG Oh mein Gott Diese Enderperle entscheidet über Leben und Tod Nein Es leckt Es leckt Es leckt Scheiße Es leckt Es leckt Oh verdammt Warum leckt das denn Oh Ja Ja Oh mein Gott 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 Ich hab das erste PvP Event gewonnen Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab grad irgendwie Ich bin grad so So eine Mischung Zwischen Tränen und Lachen Und ich weiß nicht was Ja Ich hab das Das Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020